In Polen hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen den dritten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, verzeichneten die Behörden fast 2.370 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Ein Sprecher sagte, es gäbe keine großen Epidemieherde, die Mehrheit der Fälle sei über das Land verstreut. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Nach offiziellen Angaben haben sich bislang insgesamt mehr als 98.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 2.600 starben an den Folgen der Krankheit. 4.370 Neuinfektionen